Der 75-jährige aus Italien stammende Gaston Dominici betreibt gemeinsam mit seiner Frau Marie eine Farm in der Nähe des Dorfes Pérouy in Frankreich. Die beiden haben neun Kinder. Ihr jüngster Sohn, der 33-jährige Gustave, lebt mit seiner 20 Jahre alten Frau Yvette und ihrem 10 Monate alten Sohn ebenfalls auf der Farm seiner Eltern, die als Grand Terre bekannt ist. Der älteste Sohn der Dominicis, Clovis, lebt im nahegelegenen Pérouy und eine Tochter von ihnen, Germain, wohnt auf einer Farm ganz in der Nähe. Germains 17 Jahre alter Sohn Roger verbringt ebenfalls viel Zeit auf Grand Terre, also der Farm seiner Großeltern. Im August 1952 ist die Familie Drummond aus Großbritannien in Frankreich unterwegs, um dort Urlaub zu machen. Am Mittag des 4. August parken sie ihren Wagen, einen grünen Hilmen, mit dem sie mit der Fähre aus Großbritannien gekommen sind, in direkter Nähe der Grand Terre Farm der Dominicis, und zwar genau neben einem Maulbeerbaum, um dort über Nacht zu campen. Direkt hinter der Farm der Dominicis fließt der Fluss Durance vorbei und die Gegend ist sehr idyllisch. Niemand kann ahnen, welches Unheil den Drummond hier bevorsteht. Bitte vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn ihr es interessant findet, dann kann es auch von mehr Leuten gesehen werden. Abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der 61-jährige Sir Jack Drummond ist Wissenschaftler, genau gesagt Biochemiker, der sich um die Nahrungsrationen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg gekümmert hat. Seine Arbeit war so herausragend, dass er dafür zum Ritter geschlagen wurde, er ist also sehr erfolgreich und bekannt. Er und seine 45-jährige Frau Anne haben ihre 10 Jahre alte Tochter Elisabeth dabei, die sich sehr auf die Reise mit ihren Eltern gefreut hat. Sie hat bereits viele kulturelle Sehenswürdigkeiten ausgesucht, die sie bereits in Frankreich besichtigt haben. Das letzte Wochenende haben die Drummonds bei einem befreundeten Paar in Villefranche verbracht. Warum die Familie Drummond sich nun entschieden hat, gerade neben der Farm Grand Terre in Lyre zu campen, bleibt unklar, denn sie kannten dort niemanden, doch vermutlich war es eine spontane Entscheidung wegen der idyllischen Umgebung. Am gleichen Abend, als die Drummonds in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen haben, feiern die Dominicis mit einigen Nachbarn das Ende der Erntesaison. Sie haben die Drummonds bereits gesehen, da sie an ihrem Lagerplatz vorbei müssen, wenn sie zu ihren Feldern gehen. Dort sind mehrere der Dominicis an diesem Nachmittag beschäftigt, denn Marie, der Mutter, ist am Nachmittag ein Missgeschick passiert. Sie hat vergessen, eine der Bewässerungspumpen für die Felder zu schließen. Dadurch hatte sich so viel Wasser an einer Stelle angesammelt, dass es einen kleinen Erdrutsch ausgelöst hat, der sich nun über die hinter dem Feld liegenden Bahngleise ausgebreitet hat. Gustave, der Sohn von Gaston Dominici, der mit seiner Frau Yvette ja ebenfalls auf der Farm lebt, fährt nach Pirouin, um die Bahn über den Vorfall zu informieren und mindestens ein Güterzug fällt am Abend aus, da die Gleise nicht mehr passierbar sind. Ein Bahnmitarbeiter, Froncet Ruhr, verspricht, am frühen nächsten Morgen vorbeizukommen, um sich den Erdrutsch anzuschauen. Was genau in der Nacht vom 4. auf den 5. August, nachdem die Dominicis ihre Feier beendet haben, in den Feldern vor sich geht, ist bis heute ein großes Rätsel. Um halb fünf am Morgen fährt Marco Blanc in seinem Laster an der Farm vorbei. Er sieht den Wagen der Dormans, den grünen Hillman, sowie ein Campingbett, das direkt am Wagen steht. Außerdem fällt ihm auf, dass die Windschutzscheibe und die rechte Seite des Fahrzeuges mit einer Decke abgedeckt sind. Gegen fünf sieht ein weiterer Mann, Joseph Meunier, den Hillman, doch er sieht weder ein Campingbett noch eine Abdeckung am Wagen. Ein dritter Mann, Jean Hébrard, der 20 Minuten später vorbeifährt, bemerkt allerdings ebenfalls das Campingbett, doch nun steht es nicht neben dem Wagen, sondern es lehnt aufrecht gegen den Wagen. Gustav Dominici steht um halb sechs am Morgen auf und geht auf die Weide, um nach dem Erdrutsch zu schauen. Dazu muss er eine kleine Eisenbahnbrücke überqueren. Dort findet er, etwa 80 Meter vom Wagen ihrer Familie entfernt, den Leichnam der zehn Jahre alten Elisabeth, der Tochter der Dormans. Sie trägt einen Pyjama und ihr Schädel ist zertrümmert. Gustav geht zur Straße, wo wenig später ein Mann namens Jean-Marie Olivier auf seinem Motorrad vorbeikommt. Gustav hält ihn an und berichtet ihm, dass er den Leichnam eines Mädchens gefunden hat. Er bittet Olivier, die Gendarmerie zu informieren. Als wenig später mehrere Gendarmen eintreffen, finden sie nicht nur den Leichnam von Elisabeth auf. Ihre Mutter Anne, mit mehreren Schüssen ermordet, liegt in der Nähe ihres Wagens und ist mit einer Decke abgedeckt. Sie trägt ein Kleid. Auch der Vater Jack wird erschossen aufgefunden, und zwar auf der anderen Straßenseite. Er ist genau wie seine Tochter bereits in einem Pyjama gekleidet. Auf seinem Leichnam liegt nun das umgedrehte Campingbett. Wenige Meter vom Fahrzeug entfernt befindet sich eine immense Blutlache, doch die Ermittler nehmen keine Probe davon. Die Gendarmerie informiert nun die Polizei, die für weitere Ermittlungen zuständig ist. Es macht den Eindruck, dass Jack Drummond, also der Vater bzw. der Wissenschaftler, vor dem Täter zu flüchten versuchte und dass er es noch bis zur anderen Straßenseite geschafft hat, wo er dann allerdings tödlich getroffen wurde. Seine Frau Anne wurde anscheinend direkt am Fahrzeug erschossen. Hinten am Heck des Hillmans hängt ein relativ großes Stück Haut, das von Jacks Hand stammt. Offenbar hatte er sich, als er versuchte zu flüchten, die Hand am Wagen aufgerissen. Die zehn Jahre alte Elisabeth, die ja hinter der Eisenbahnbrücke, also am weitesten vom Wagen entfernt gefunden wurde, ist also anscheinend ebenfalls noch geflüchtet, doch merkwürdigerweise sind ihre Füße völlig sauber, was eigentlich dagegen spricht, dass sie noch durch das ganze Feld gerannt ist. Vom Besitz der Drummonds wurde scheinbar kaum etwas gestohlen. Wie es sich später herausstellt, fehlt ein relativ auffälliger Ring von Anne, so wie Jacks Kamera, ansonsten scheint nichts weg zu sein. Weder Anne noch ihre Tochter weisen Spuren auf intime Handlungen auf. Insofern ist erst mal kein Motiv für die Tat ersichtlich. Lange bevor die Polizei eintrifft, sind bereits viele weitere Personen vor Ort. Um halb sieben am Morgen kommt der Eisenbahnarbeiter Forstin Ruhr, der am Vorabend von Gustav benachrichtigt wurde, auf der Farm der Dominicis an. Er hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass in der Nacht zuvor eine ganze Familie ermordet wurde. Er ist lediglich dort, um sich, wie mit Gustav vereinbart, den Erdrutsch anzuschauen. Ohne an der Farm anzuhalten, macht Forstin sich direkt auf den Weg dorthin. Er sieht sich den Schaden an und macht sich dann auf den Rückweg zur Farm. Obwohl er den gleichen Weg benutzt hat, den Gustav kurz zuvor gegangen ist, hat er den Leichnam von Elisabeth nicht gesehen. Dazu hätte er nämlich hinter der Eisenbahnbrücke auf eine kleine Anhöhe steigen und nach unten schauen müssen. Dies hat Forstin jedoch nicht gemacht. Und es stellt sich die Frage, warum Gustav, der ja zuvor ebenfalls auf dem Weg zu dem Erdrutsch war, dies getan haben sollte, vor allem morgens um halb sechs, als es gerade erst hell wurde. Als Forstin ruhrt auf seinem Rückweg von dem Erdrutsch an der Grande Terre Farm eintrifft, kommen dort gerade der älteste Sohn der Dominicis, also um Clovis, sowie sein Schwager Marcel Boyer an. Gustav ist nun ebenfalls dort und er berichtet ihnen allen, dass er den Leichnam eines Mädchens gefunden hat. Clovis, Marcel und der Bahnarbeiter Forstin machen sich nun gemeinsam auf den Weg, um sich die Szene vor Ort anzuschauen. Gustav begleitet sie nicht, doch bevor die drei Elisabeth Leichnam erreichen, hält Clovis die beiden anderen auf und warnt sie davor, weiterzugehen, so als würde er bereits ganz genau wissen, wo der Leichnam des Kindes sich befindet. Auch der Enkel der Dominicis, der 17-jährige Roger Perrin, ist bereits am frühen Vormittag des 5. vor Ort und es wird noch Unklarheiten darüber geben, ob er in der Nacht zuvor auch dort übernachtet hat oder ob er da doch noch bei sich zu Hause war. Forstelruhr, der Bahnmitarbeiter, geht gegen 8 Uhr am Morgen, nachdem er Elisabeth Leichnam gesehen hat, erneut an der Farm der Dominicis vorbei. Er hört, dass der ältere Gaston dort gerade von seiner Schwiegertochter Yvette, also der Frau von Gustav, über die Morde informiert wird. Dass der 75-jährige Gaston nun erst von den Morden mitbekommt, ist etwas seltsam, denn auch er hatte bereits um 5 Uhr am Morgen seine Farm verlassen, um wie jeden Tag seine Ziegenherde spazieren zu führen. Doch obwohl er sonst immer routinemäßig und seit Jahren in Richtung Gannergubi gelaufen ist, also auf dem Weg, der ihn am Hillman der Drummonds hätte vorbeiführen müssen, ist er ausgerechnet an diesem Morgen ausnahmsweise in die andere Richtung gelaufen. Dann finden die Gendarmen direkt am Tatort, angelehnt an den Maulbeerbaum, neben dem die Drummonds geparkt haben, Gustavs Fahrrad vor. Als Gustav darauf angesprochen wird, sagt er, dass die zuerst anwesenden Gendarmen ihn nach Kreide gefragt hatten. Diese hätte er von der Farm geholt und da er so schnell wie möglich zurück sein wollte, sei er dann mit dem Fahrrad gefahren. Als der Gendarme später seine Kollegen fragt, streiten diese es allerdings ab, Gustav um Kreide gebeten zu haben. Ein Arzt, der bereits morgens um halb neun lange vor der Polizei eintrifft, stellt fest, dass bei Elisabeth die Leichenstarre zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt hat. Aus diesem Grund hält der Arzt es für möglich, dass Elisabeth erst mehrere Stunden später als ihre Eltern verstorben ist. Ihr Schädel ist allerdings komplett zertrümmert. Laut dem späteren Autopsiebericht fühlt er sich an wie eine Tüte Nüsse. Aufgrund der Schwere dieser Verletzungen nimmt der Arzt an, dass Elisabeth innerhalb von Minuten, nachdem diese ihr zugefügt wurden, verstorben sein muss. Doch wieso sollte sie erst Stunden nach ihren Eltern verstorben sein? Soll der Täter sich mehrere Stunden lang am Tatort aufgehalten haben und Elisabeth erst umgebracht haben, kurz bevor sie aufgefunden wurde? Das würde ja bedeuten, dass der Täter erst kurz bevor Gustav eingetroffen ist, geflüchtet sein kann. Die Aussagen der ersten Zeugen, also mehreren Männern, die ja am frühen Morgen vorbeigefahren sind und alle die Szene unterschiedlich beschrieben hatten, einer hatte ja abgedeckte Fenster des Wagens gesehen, der nächste ein Campingbett und der dritte das Campingbett in einer anderen Position, könnte immerhin ein Hinweis darauf sein, dass noch irgendjemand, also der Täter, vor Ort war und den Tatort möglicherweise irgendwie arrangiert hat, was erklären würde, dass die Szene von allen Zeugen unterschiedlich beschrieben würde. Doch was sollte der Grund dafür sein? Die Polizei aus Marseille unter der Leitung von Edmond Sebaim trifft erst am Nachmittag vor Ort ein. Während die zahlreichen Pressereporter, die schon vor Ort sind, behaupten, dass die Polizei erst um halb fünf vor Ort angekommen sei, sagt Sebaim selbst aus, dass sie schon etwa um halb zwei dort gewesen seien. Um halb vier hatte der örtliche Richter Perrier verfügt, dass die Leichen zur Untersuchung weggebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei laut der Presse noch nicht da. Allerdings ist Sebaim auf einem Foto zu sehen, auf dem die Leichname in ein Fahrzeug geladen werden. Es ist also unklar, ob die ermittelnden Polizisten die Leichen noch am Original-Tatort gesehen haben oder ob sie bei ihrer Ankunft bereits weggebracht worden sind. Sebaim fängt nach seiner Ankunft direkt Streit mit einem der Gendarmen an, da bereits so viele Leute am Tatort rumgelaufen sind und da eine Spurensicherung dort kaum noch möglich ist. In der Nähe von Elisabeth Leichnam allerdings werden noch frische, gut erhaltene Fußspuren entdeckt. Diese werden von der Polizei fotografiert. Wenig später findet einer der Polizisten ein Stück weiter an den Bahnschienen noch Kinderunterwäsche, auf der sich möglicherweise Anhaftungen von Blut befinden. Ob diese von Elisabeth ist, bleibt jedoch unklar. Die Polizei bemerkt währenddessen frisch gewaschene Kleidungsstücke von Gustave und seinem Vater Gaston, die auf dem Fahrngelände trocknen. Doch niemand kommt darauf, diese Wäschestücke auf Blutspuren testen zu lassen. Da die Dominicis ja direkt neben dem Tatort wohnen, sind sie immerhin die Ersten, die noch direkt an diesem Abend von der Polizei verhört werden. Doch dies gestaltet sich nicht unbedingt als einfach. Gaston hat als älterer Patriarch seine Familie fest im Griff und niemand sagt besonders viel. Noch gibt auch niemand zu, überhaupt irgendetwas gesehen zu haben, obwohl der Tatort nur etwa 160 Meter von ihrer Farm entfernt ist. Die Dominicis behaupten, dass sie die Anwesenheit der Drummonds zwar bemerkt hätten, dass sie aber keinerlei Kontakt zu ihnen hatten, also sie hätten nicht mit ihnen geredet. Doch schließlich räumen einige der Familienmitglieder ein, dass sie etwa um ein Uhr in der Nacht sechs bis sieben Schüsse gehört hätten. Sie hatten sich allerdings nicht viel dabei gedacht, da sie angenommen hatten, dass es Wilderer seien. Gustave allerdings, der ja Elisabeth Leichenum gefunden hat, wird genauer befragt, zum Beispiel dazu, warum er nach dem Fund nicht zu dem gepackten Hilmen gegangen sei. Gustave antwortet, dass er befürchtet hatte, dass die Eltern ihr eigenes Kind umgebracht hätten und dass er deswegen nicht zu ihrem Auto gegangen sei. Dies steht allerdings direkt im Widerspruch zu der Aussage von Jean-Marie Olivier. Olivier war der Motorradfahrer, den Gustave angehalten hatte und ihn gebeten hatte, die Gendarmerie zu informieren. Olivier sagt nämlich aus, dass Gustave plötzlich hinter dem Hilmen hervorgekommen und direkt vor ihm auf die Straße gesprungen sei. Wenn dies stimmt, muss Gustave auch die Leiche von Anne Drummond gesehen haben und vermutlich auch die von Jack, die direkt auf der anderen Straßenseite lag. Doch Gustave streitet dies ab. Er sagt, er sei ein ganzes Stück weit von dem Hilmen entfernt gewesen, als er Olivier angehalten hat. Was außerdem noch auffällt, ist, dass Gustaves Fahrrad, das einer der Gendarmen an dem Maulbeerbaum aufgefunden hatte, einige Zeit später wieder von dort verschwunden ist. Es ist nun wieder auf der Farm. Wer es dorthin gebracht hat, bleibt unklar. Doch das Verhalten bei den Dominicis wird noch bizarrer, denn nachdem Gaston mehrfach wiederholt hat, dass er nichts gesehen und nichts gehört hat, zeigt er plötzlich in die Richtung des Hilmens und sagt, Zitat, Dort ist die Stelle, an der die Frau erschossen wurde. Sie war sofort tot, sie hat nicht gelitten. C.B. schaut ihn völlig perplex an, als Gaston hinzufügt, Zitat, Naja, glaube ich. Noch am gleichen Abend fischen zwei Polizisten einige Teile eines halbautomatischen Karabinergewehrs aus dem Durand-Fluss, der sich direkt hinter der Farm befindet. Es handelt sich offenbar um die Tatwaffe, doch sie ist in einem fürchterlichen Zustand und mehrfach sehr provisorisch repariert. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wem diese Waffe gehört hat und da es ein Modell ist, das von der US-Armee gebraucht wurde, die nach dem Krieg viele ihrer Waffen zurückgelassen hat, könnte es im Prinzip jedem in der Gegend gehört haben. Nach dem Fund des Gewehrs wird festgestellt, dass Elisabeths schwere Kopfverletzungen davon kommen, dass sie mit dem hölzernen Kolben dieser Waffe geschlagen wurde. Ein etwa 10 cm langer Holzsplitter, der nachweislich vom Kolben dieses Gewehrs stammt, wurde direkt neben ihrem Leichnam gefunden. Der leitende Ermittler Sebeye ist völlig euphorisch und verkündet der Presse, dass die Tatwaffe sie zum Mörder führen würde. Bereits am nächsten Tag, dem 6. August, findet eine gerichtliche Anhörung der Dominicis statt, bei der untersucht werden soll, ob sie irgendwie am Tod der Drummonds beteiligt waren. Sie bestätigen, dass sie die Schüsse in der Nacht gehört haben. Schreie der Drummonds oder andere Geräusche will jedoch niemand gehört haben. Es wird angesprochen, dass Gaston Elisabeths Leiche am Vormittag des 5. nach dem Eintreffen der Gendarmerie mit einer Decke abgedeckt hatte, doch wie Gaston es zuvor überhaupt wusste, dass die Leichen ihrer Eltern bereits abgedeckt waren und ihrer nicht, bleibt unklar. Obwohl es auch unklar ist, welches Motiv die Dominicis gehabt haben sollten, die ihnen unbekannte Familie Drummond aus Großbritannien umzubringen, wirken sie durch ihre Aussagen, die sich mehrfach verändern und auch dadurch, dass einige von ihnen viel zu viel zu wissen scheinen, irgendwie verdächtig. Wieso zum Beispiel ist Gustav auf die Anhöhe neben dem Weg gestiegen, von der aus er Elisabeths Leichnam sehen konnte? Rein zufällig? Und warum behauptet Olivier, dass er von Gustav direkt neben dem Hillman angehalten wurde? Und wenn dies stimmt, wieso behauptet Gustav dann, dass er nur Elisabeths Leichnam gefunden hat? Inwiefern wäre die Sache denn für ihn problematischer gewesen, wenn er direkt gesagt hätte, dass er drei Leichen gefunden hat? Auch die Aussagen von Gastons Enkel Roger Perrin sind merkwürdig, denn er erzählt eine Lüge nach der anderen, so dass man sich fragt, warum er glaubt, die Wahrheit verschleiern zu müssen. Er war am Abend des 4. August alleine zu Hause. Dies ist zumindest die erste seiner Version und diese wird auch von seinen Eltern bestätigt. Doch dann behauptet er, dass er sich um ein Feld in der Nähe der Farm seiner Eltern gekümmert hätte und dass er mit einem seiner Nachbarn, Paul de Cleet, gesprochen hätte. Paul de Cleet bestreitet allerdings, Roger am 4. August gesehen zu haben. Dann erzählt Roger noch, dass sein Onkel Gustav am Abend nicht auf der Farm seiner Eltern vorbeigekommen sei. Doch schließlich gibt er zu, dass Gustav doch dort war, nur um diese Aussage wenig später wieder zurückzuziehen. Rodgers Mutter Germaine, die mit ihrem Mann unterwegs war, sagt, dass Gustav am Abend, als er im Ort war, um Faustin-Ruhr wegen dem Erdrutsch zu informieren, an ihrer Farm vorbeigekommen sein müsste. Sie ist sich eigentlich sicher, dass sollte Gustav mitbekommen haben, dass Roger zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause war, er ihn eingeladen hätte, ihn nach Grand Terre zu begleiten, um dort zu übernachten. Sie sagt, dass Gustav und Roger sich sehr gut verstanden hätten und dass Roger sehr oft auf Grand Terre übernachtet hat. Da Roger früh morgen des 5. August bereits auf der Farm seiner Großeltern war, liegt die Annahme schon nahe, dass er die vorherige Nacht tatsächlich dort verbracht hat. Doch gibt es vielleicht einen anderen Grund, aus dem Roger versucht zu verschleiern, dass er über Nacht bei den Dominicis war? Zum Beispiel, weil er und Gustav sowieso etwas gemacht haben, was nicht legal ist, nämlich zusammen wildern gehen? Beschreibungen zufolge haben die beiden dies öfter gemeinsam gemacht. Warum also nicht in der Nacht vom 4. auf den 5. August? Doch Roger sagt nun, dass er bereits am frühen Morgen bei einem Monsieur Puissant, der in Peru wohnt, Milch geholt hat und dass er damit dann anschließend zur Farm seiner Großeltern gefahren sei. Diese Aussage kann aber auch nicht stimmen, denn Monsieur Puissant, den er genannt hat, ist bereits ein halbes Jahr zuvor verstorben. Darüber hinaus kann Roger sich auch nicht wirklich daran erinnern, von wem er zuerst von den Morden erfahren hatte. Schließlich behauptet er, dass er von Peruit aus mit dem Fahrrad von einem der Söhne seines Onkels Clovis, der ja auch in Peruit wohnt, nach Grand Terre gefahren zu sein. Clovis kann dies allerdings nicht bestätigen und sagt, Roger hätte sich zu diesem Zeitpunkt gar kein Fahrrad von einem seiner Söhne ausleihen können. Obwohl die Aussagen der Dominicis völlig durcheinander sind und sich öfter ändern, gibt es auch keine konkreten Hinweise darauf, dass einer von ihnen die Tat begangen hat. Außer zum Beispiel die Abdrücke der Schuhe, die direkt neben Elisabeth Leichnam gefunden wurden, doch zu diesem Zeitpunkt hat es niemand für nötig gehalten, diese Abdrücke mit den Schuhen von Gustave, Roger oder Gaston zu vergleichen. Mögliche Fingerabdrücke, zum Beispiel von dem Hillman oder von der gefundenen Tatwaffe, können leider auch nicht genommen werden, da zahlreiche Personen den Wagen und auch die Waffe angefasst hatten, bevor die Polizei sie gesichert hat. Die Ermittlungen gehen weiter. Trotz des merkwürdigen Verhaltens der Familie Dominici gibt es auch andere Theorien, und zwar hauptsächlich aufgrund der Tätigkeit von Jack Drummond, der ja aufgrund seiner beruflichen Errungenschaften bereits ein Ritter ist. Und es heißt, dass er erheblich dazu beigetragen hätte, dass die Briten die U-Boot-Blockade durch Deutschland überlebt hätten und dass sie wegen ihm nicht verhungert seien. So sei Jack Drummond zum Beispiel einigen Lebensmittelherstellern, die auf Profit aus waren, ein Dorn im Auge gewesen. Darüber hinaus gibt es auch noch Mutmaßungen, dass Jack als Spion tätig gewesen sein könnte. Der Ort, den die Drummond zum Campen ausgewählt hatte, war von der Straße aus gut sichtbar, was möglicherweise darauf hindeuten könnte, dass die Drummond dort mit jemandem verabredet waren, den sie dort erwartet hatten. Auf der anderen Seite gibt es an dieser Theorie erhebliche Zweifel, da zum Beispiel die abgenutzte, beschädigte Tatwaffe nicht gerade den Eindruck macht, die Waffe eines Auftragmörders zu sein. Außerdem passt das gesamte Tatgeschehen auch nicht zu einem Auftragsmord. Zum Beispiel wäre ein solcher Täter vermutlich nicht stundenlang vor Ort geblieben, um die Szene zu verändern, also um Campingbetten herumzuräumen und so weiter. Auf der anderen Seite, die Schussverletzungen der Drummonds stammen laut dem Autopsiebericht anscheinend von zwei verschiedenen Waffen. Anne hat Schussverletzungen von beiden Seiten, also so, als wäre von zwei Seiten auf sie geschossen worden. Zumindestens das würde für mehrere Täter sprechen. Die Polizei konzentriert sich weiter darauf, gegen die Dominicis zu ermitteln. Was die Aussagen von Gustav betrifft, kommen immer mehr Widersprüche ans Licht. Gustav hatte beschrieben, dass Froster Ruhr, der Mann von der Bahn, bereits am Abend des Vierten gesagt hatte, dass er besser so schnell wie möglich vorbeikommen wird, um sich einen Überblick zu verschaffen. Doch Frosterin behauptet das genaue Gegenteil, nämlich, dass er Gustav, der Angst vor Schadensersatzforderungen der Bahn hatte, beruhigt hätte, und dass er ihm gesagt hätte, dass es völlig ausreichend sei, wenn er am nächsten Morgen kommen würde. Dann, etwa zwei Monate nach der Tat, im Oktober, behauptet ein guter Freund der Dominicis, Paul Maillet, dass Gustav ihm erzählt hätte, dass Elisabeth noch gelebt hätte, als er sie aufgefunden hat. Gustav hätte behauptet, dass er durch das Wimmern des Kindes auf sie aufmerksam geworden sei. Gustav wird festgenommen und wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Haftstrafe von zwei Monaten verurteilt. Doch wie soll das alles zusammenpassen? Die Autopsie hatte ja ergeben, dass Elisabeth innerhalb von Minuten, nachdem ihr ihre Verletzungen zugefügt wurden, verstorben sein soll. Wie soll Gustav sie also noch lebend gefunden haben? War er schon in der Nacht vor Ort, unmittelbar als die Tat geschehen ist, und hatte Elisabeth lebend aufgefunden und anschließend stundenlang gewartet, bis er den Motorradfahrer Olivier angehalten hatte? Oder ist Elisabeth tatsächlich erst Stunden nach ihren Eltern umgebracht worden? Wenn der Täter tatsächlich noch früher morgen dort war, als bereits Fahrer auf der Straße unterwegs waren und Gustav und sein Vater Gaston bereits draußen unterwegs waren, wohin ist er dann geflüchtet, ohne gesehen zu werden? Dann meldet sich auch der Enkel von Gaston, Roger Paré, nochmal zu Wort. Während die Dominicis zunächst eigentlich ausgesagt hatten, dass sie die Twamms nicht kennengelernt hätten, behauptet Roger nun, dass Elisabeth und ihre Mutter Anne am Abend auf der Farm vorbeigekommen seien und um einen Eimerwasser gebeten hätten. Wenn Roger dies genau weiß, heißt dies nicht nur, dass die Dominicis dies zunächst verschwiegen haben, sondern auch, dass er selbst bereits am Abend des 4. tatsächlich aufgrund der war, obwohl er zunächst mehrfach etwas anderes erzählt hatte und auch seine eigene Mutter bestätigt hat, dass er zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause war. Dass über Rogers genauen Aufenthaltsort die Angaben so stark auseinander gehen, ist merkwürdig, da die Dominicis ja auf ihrer Farm noch mit mehreren Nachbarn eine kleine Feier hatten und zumindestens die Personen, die da waren, müssten ja wissen, ob Roger ebenfalls da war oder nicht. Doch irgendwie bleibt Rogers tatsächlicher Aufenthaltsort in dieser Nacht völlig unklar. Als sie auf die neue Aussage von Roger angesprochen wird, bestreitet Yvette, also die Frau von Gustav auch, dass die Twamms auf der Farm gewesen seien und um Wasser gebeten hätten. Die Polizei befragt viele weitere Zeugen. Zum Beispiel meldet sich ein Lasterfahrer zu Bord, der gegen halb eins in der Nacht an Grand Terre vorbeigefahren ist. Er beschreibt, dass er dort einen großen, korpulenten Mann gesehen hätte, der aus der Richtung des Hillmans auf die Farm Grand Terre zugelaufen sei. Dieser Mann hätte einen besorgniserregenden Gesichtsausdruck gehabt. Doch die Beschreibung, die der Lasterfahrer von ihm abgibt, passt auf keinen der Dominicis. Sollte also vielleicht doch ein Fremder vor Ort gewesen sein? Die Beobachtung dieses Lasterfahrers, also um halb eins in der Nacht, hat aber aller Wahrscheinlichkeit noch vor der Tat stattgefunden. Um kurz nach eins fährt ein Busfahrer, der einige Festivalbesucher nach Hause fährt, ebenfalls an der Farm vorbei. Und auch er beobachtet etwas, und zwar sieht er einen hellen Buick, der dort geparkt ist, und einen Mann, der neben dem Buick in die Wiese uriniert. Um halb zwei in der Nacht wird von Autofahrern erneut eine Person beschrieben, die sich in der Nähe des Hillmans bewegt hätte. Dann zweieinhalb Wochen nach der Tat erhält Gustav einen Brief. Entweder kommt dieser Brief von einem seiner anderen Brüder, oder der Brief ist anonym, die Angabe unterscheidet sich leider je nach Quelle. Zumindest wird ihm in diesem Brief mitgeteilt, dass die Initialen auf dem Kolben der mutmaßlichen Tatwaffe, RMC, mit den Initialen eines Mannes namens René Marcel Castagne übereinstimmen, der einige Zeit zuvor verstorben ist. Der Verfasser des Briefes behauptet, dass zum Zeitpunkt von Castagnes Beerdigung jemand auf dessen Farm eingebrochen ist und dort mehrere Waffen gestohlen hat. Er vermutet, dass es sich bei dem Dieb um Castagnes direkten Nachbarn, nämlich Paul Maillet, handelt. Paul Maillet ist der gute Freund der Dominicis, der Gustav bei der Polizei gemeldet und verraten hatte, dass Gustav behauptet hätte, Elisabeth noch lebend aufgefunden zu haben. War tatsächlich Paul Maillet zuvor im Besitz der Tatwaffe, die er bereits relativ lange zuvor bei seinem verstorbenen Nachbarn gestohlen hatte? Wenn ja, warum wurde dann diese Waffe für die Tat benutzt? Hat Paul Maillet vielleicht etwa selbst etwas mit der Tat zu tun? Gustav gibt den Brief mit den Informationen an die Polizei weiter. Paul Maillets Haus wird durchsucht und die Polizei beschlagnahmt dort zwei weitere Schusswaffen. Paul kann nicht erklären, wo er diese her hat. Dennoch finden anschließend keine weiteren Ermittlungen mehr gegen ihn statt und die Polizei scheint ihn weitestgehend als Verdächtigen auszuschließen. Vielleicht liegt dies auch daran, dass Paul sich bereit erklärt, der Polizei weitere Informationen zu geben. Im Frühjahr 1953 berichtet er den Ermittlern dann noch, dass Gustav ihm gegenüber bereits zugegeben hätte, dass er tatsächlich bereits in der Nacht, und zwar als er gerade auf dem Heimweg von dem Erdrutsch war, am Tatort gewesen sei und dass er deswegen auch die Schreie von Elisabeth gehört hätte. Er hätte sie dann wenig später aufgefunden. Doch da Elisabeth tatsächlich über eine Stunde nach ihren Eltern verstorben sein muss, stellt sich die Frage, was Gustav überhaupt noch nach zwei Uhr mitten in der Nacht dort gemacht hat, also falls er nicht tatsächlich selbst an der Tat beteiligt war. Zumindest hätte er Paul erzählt, dass er, nachdem er Elisabeth gefunden hätte, noch länger dort unterwegs gewesen sei, und zwar hätte er auch bereits die Leichen von Anne und Jack gefunden und sich dann umgesehen, ob eventuell Munition herumliegt, die zu irgendeiner Schusswaffe der Farm seiner Eltern passt. Warum hatte er nach Munition ihrer eigenen Farm gesucht? Aus welchem Grund hätte er annehmen sollen, dass die Tat mit einer Schusswaffe von der Grand Terre Farm verübt wurde? Also außer, wenn sie jemand von seiner Farm ausgeführt hat. Aber wieso hätte er dies annehmen sollen? Oder war dies keine Annahme, sondern er hat es gewusst? Vielleicht, weil er die Tat selbst begangen hat? Im November 1953, 15 Monate nach der Tat, wird Gustav aufgrund der ganzen Unstimmigkeiten in seinen Aussagen und aufgrund der Anschuldigungen Paul Meyers ihm gegenüber festgenommen. Nach einem Verhör, das sich über zwei Tage erstreckt, behauptet Gustav dann plötzlich, dass sein Vater Gastron der Täter sei. Nicht nur er, sondern auch sein Bruder Clovis würden darüber Bescheid wissen. Als Clovis mit dem Geständnis seines Bruders konfrontiert wird, gesteht er ebenfalls, Clovis behauptet, dass er das Karabinergewehr, das aus dem Fluss gefischt wurde, damals sofort erkannt hätte. Er hätte dies lediglich für sich behalten. Nun behauptet er, dass er genau dieses Gewehr bereits zwei Jahre zuvor im Schuppen auf der Farm seiner Eltern gesehen hat. Dass ein fremder Täter in den Schuppen der Grand-Terre-Farm eingebrochen ist und das Gewehr gestohlen hat, hält Clovis für abwegig. Er sagt, das Gewehr hätte sehr versteckt auf einem Regal gelegen. Nach der Aussage seiner beiden Söhne wird der inzwischen 76-jährige Gastron festgenommen. Als er erfährt, dass seine beiden Söhne ihn beschuldigen, behauptet er, dass sie die Täter gewesen seien. Sie würden ihn nun anschuldigen, da sie auf sein Erbe aus seien. Doch später am Abend bewegt ein anderer Polizist Gastron noch zu einem Geständnis. Nun behauptet Gastron, der Erdrutsch sei in allem schuld, denn er sei spät in der Nacht nochmal nach draußen gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Aus irgendeinem Grund hätte er sein Gewehr mitgenommen, was er nun bereut, denn er behauptet, dass die Drummond's ihn für einen Dieb gehalten hätten, der in ihr Camp eingedrungen sei. Jack Drummond hätte ihn von hinten angesprungen und er hätte dann sofort auf ihn geschossen. Es dauert allerdings auch nicht lange, bis Gastron dieses Geständnis widerruft. Dann gesteht er erneut. Insgesamt legt Gastron neun Geständnisse ab und fünf davon widerruft er. Sein Tatmotiv, das er bei den verschiedenen Geständnissen abgibt, ist immer unterschiedlich. Einmal behauptet er, dass er gestehen würde, um seine Söhne zu schützen. Dann behauptet er, in Notwehr gehandelt zu haben und schließlich schildert er eine Geschichte, dass er mit Anne Drummond intim gewesen sei und dass sie von Jack erwischt wurden. Einmal beschreibt er, dass Jack, als er gerade geschossen hätte, nach dem Lauf der Waffe gegriffen hätte, doch darauf weisen Jacks Hände keine Spuren auf. Abgesehen davon schildert Gaston den Tatablauf immer so, dass er die Waffe nach jedem Schuss nachladen musste, was allerdings bei einem automatischen Karabiner nicht der Fall ist. Gaston hatte offenbar keine Ahnung von dieser Waffe. Doch überraschenderweise schildert er dann, dass er auf Elisabeth, die in Richtung der Eisenbahnbrücke geflüchtet sei, aus etwa 60 Meter Entfernung seinen letzten Schuss abgegeben hätte. Der Schuss hätte Elisabeth am Kopf gestreift und daraufhin hätte er das Kind eingeholt und sie mit dem Kolben des Gewehrs erschlagen. Dass Elisabeth tatsächlich eine Verletzung durch einen Streifschuss am Ohr hatte, wurde bei der Autopsie festgestellt, doch war dies der Öffentlichkeit bekannt? Wie hätte Gaston dies wissen sollen? Obwohl sein Geständnis, dass er etwas mit Anne angefangen hatte, Unsinn ist, denn die Autopsie hatte ja bereits ergeben, dass Anne mit niemandem intim war, ist dies die Variante, die nachdem Gaston für die Tat angeklagt wird, vor Gericht vorgebracht wird. Dass die Schuhe von Gaston ganz andere Sohlen haben als die, die direkt neben Elisabeth Leiche festgestellt wurden, ist vor Gericht nicht mehr nachprüfbar, denn Sebey behauptet, dass die Abdrücke nicht deutlich genug gewesen seien, um sie zu fotografieren. Dies stimmt nicht, es wurden Fotos gemacht, doch nach Sebeys Angaben werden diese nicht vor Gericht gezeigt. Allerdings wird Gustavs Fahrrad vor Gericht nochmal angesprochen, das ja direkt am Tatort, also unter dem Maulbeerbaum stand. Doch zum Glück für Gustav ändert sein Neffe Roger Perret mal wieder seine Aussage. Er behauptet nun, dass er Gustavs Fahrrad bei sich auf der Farm seiner Eltern gehabt hätte und dass er damit dann am Vormittag zur Farm Grand hergefahren sei. Diese Aussage ist sowohl für Gustav als auch für Roger selbst günstig, denn das Fahrrad von Clovis Sohn, das er ja eigentlich benutzt haben wollte, kann er ja laut Clovis Aussage an diesem Tag nicht genommen haben. Dann fragt Gastons Verteidiger noch nach dem Hautfetzen von Jack, der am Heck des Wagens hing. Dieser kann jedoch nicht mehr untersucht werden. Inspektor Sebey behauptet, dass er bei der Autopsie verloren gegangen sei. Dies ist gelogen. Tatsächlich hat Sebey den Hautfetzen selbst versteckt, wohl um eine genauere Untersuchung abzuwenden, doch dies kommt erst Jahre später heraus. Auch die Kinderunterwäsche, die an den Bahngleisen gefunden wurde und die möglicherweise Anhaftungen von Blut hatte, ist verschwunden. Dies ist ziemlich ärgerlich, denn die möglichen Blutflecken können nun nicht mehr untersucht werden. Obwohl alles völlig unklar und durcheinander ist, wird Gaston des dreifachen Mordes für schuldig befunden und ist damals die älteste Person in Frankreich, die ein Todesurteil erhält. Drei Jahre später allerdings wird das Urteil von Gaston in lebenslängliche Haft umgewandelt und im Alter von 83 Jahren wird er aus Altersgründen aus dem Gefängnis entlassen, doch begnadigt wird er nie und auch einen neuen Prozess erhält er nicht. Ob er die Tat an den Drummonds tatsächlich begangen hat, wird nie geklärt, doch viele sind der Ansicht, dass es nie genügend Hinweise gab, um seine Schuld zu beweisen, er hätte also nie verurteilt werden sollen. Mitunter heißt es, dass Gaston einen so starken Dialekt gesprochen hätte, dass er sich vor Gericht nicht hätte verständlich machen können und dass er auf Basis von reinen Spekulationen verurteilt worden sei. Tatsächlich ist es fragwürdig, welches Motiv Gaston gehabt haben sollte. Er hätte es eigentlich nicht nötig gehabt, zu versuchen, die Drummonds zu bestiehlen, weder er noch seine Söhne waren vorbestraft. Allerdings gibt es aus Gastons Vergangenheit einige Berichte über Handgreiflichkeiten. Seine ganzen eigenen Erklärungen, die er in seinen unterschiedlichen Geständnissen als Tatmotiv angegeben hatte, wie zum Beispiel, dass er etwas mit N gehabt hätte, sind allerdings ebenso unglaubwürdig. Vielleicht war sein zweites Geständnis, dass er nur gestehen würde, um seine Söhne zu schützen, das, das am nächsten an der Wahrheit war. Alles zusammengenommen gibt es nämlich wohl tatsächlich mehr Verdachtsmomente gegen Gustave als gegen Gaston. Doch auch gegen Gustave gibt es nicht genug, um ihn eindeutig überführen zu können. Oder haben die Dominicis, die sich durch ihre sich ständig verändernden Aussagen immer verdächtiger gemacht hatten, in Wirklichkeit vielleicht tatsächlich überhaupt nichts mit der Tat zu tun und hatten einfach unglaublich viel Pech, direkt neben der Tat zu wohnen? Könnte an der Theorie, dass Jack ein Spion war und dass ein Auftragsmörder auf ihn angesetzt wurde, vielleicht doch etwas dran sein? Sir Jack Drummond war bereits dreimal zuvor in Lures, also der Region, wo sich Grand Theer befindet. Im Jahr 1947, 1948 und im Jahr zuvor, also 1951. Aus diesem Grund wird spekuliert, dass er vielleicht Informationen zu einer Chemikalienfabrik in Lures, die Insektizide hergestellt hat, liefern sollte, da es Befürchtungen gab, dass diese militärisch genutzt werden könnten. Offenbar hatte Jack auf seiner Reise eine Kamera dabei, aber diese wurde ja nie gefunden. Hatte er also vielleicht irgendwelche Aufnahmen gemacht, die niemand sehen sollte? Was dafür spricht, dass die Drummonds tatsächlich von einem beauftragten Mörder umgebracht wurden, ist eine merkwürdige Entwicklung in dem Fall, von der damals allerdings fast niemand etwas erfährt. Diese Entwicklung nimmt bereits ihren Lauf, bevor Gaston im Jahr 1953 für die Tat angeklagt wird. Bereits am 9. August 1952, also nur fünf Tage nach der Tat, wurde in Deutschland ein Mann namens Wilhelm Bartkowski im Zusammenhang mit Dutzenden von Straftaten, überwiegend bewaffneten Raubüberfällen festgenommen. Im November 1952 erhält die französische Polizei die Information, dass Bartkowski behauptet hätte, an der Tat an den Drummonds beteiligt gewesen zu sein, und zwar zusammen mit drei Komplizen, einem Griechen, einem Schweizer und einem Spanier, die er namentlich nennt und die alle durch vorherige Straftatenpolizei bekannt sind. Sie alle hätten per Vertrag für eine Organisation in Frankfurt verschiedene Taten ausgeführt. Anfang August hätten seine drei Komplizen ihn gebeten, sich als Fahrer für eine Tat in Frankreich zu beteiligen. Bartkowski willigt ein und er kann die Farm, also Grand Terre und die Umgebung, wo sie erst nach Einbruch der Dunkelheit eingetroffen seien, sehr gut beschreiben. War er tatsächlich dort? Er beschreibt weiter, wie seine drei Komplizen, unter anderem mit einem Karabiner bewaffnet, das Auto verlassen haben. Bartkowski sagt, sie seien in einem violetten Buick unterwegs gewesen. Er hätte während der Tat im Wagen gewartet. Er sagt aus, dass er mehrere Schüsse und dann das Schreien eines Kindes gehört hat. Bartkowski behauptet, dass, während er auf seine Komplizen gewartet hat, er nur einmal kurz aus dem Wagen ausgestiegen sei und zwar um da einmal musste und er beschreibt, dass genau zu diesem Zeitpunkt ein beleuchteter Bus auf der Straße vorbeigefahren sei. Seine Komplizen seien schließlich ohne das Karabiner ins Auto zurückgekehrt. Auf dem Rückweg nach Deutschland hätte er sie gefragt, wen sie denn da umgebracht hätten und sie hätten ihm nur geantwortet, das waren Engländer, der Mann war Wissenschaftler. Das einzige, was die Männer von den Drummonds gestohlen hatten, war ein Ring von N, und zwar den Ring, den ihre Mutter bereits vermisst und der französischen Polizei beschrieben hatte. Obwohl Bartkowski so viele Details beschreibt, die er eigentlich unmöglich aus der Presse kennen kann und obwohl er sein Geständnis unter anderem auch vor den französischen Polizisten wiederholt, wird die Theorie, dass er tatsächlich in die Tat involviert gewesen sein könnte, von den französischen Ermittlern fast sofort verworfen und anschließend nicht mehr weiterverfolgt. Die Frage ist, warum? In dem Fall wird ja gerade zur Zeit von Bartkowskis Geständnis mit Hochdruck ermittelt und Gustav verbringt zu dieser Zeit gerade seine Haftstrafe von zwei Monaten wegen unterlassener Hilfeleistung. Sollte der Bericht von Bartkowski allerdings tatsächlich stimmen, dann ist Gustav also in der Nacht zum Tatzeitpunkt wirklich draußen unterwegs gewesen und hat anscheinend ziemlich viel gehört und Elisabeth gefunden, als sie noch lebte und dann tatsächlich drei Stunden gewartet, bevor er jemanden informiert hat. Doch warum hätte er dies tun sollen? Warum hätte er seine Entdeckung nicht sofort melden sollen? Obwohl Bartkowski alles sehr stimmig und detailreich beschrieben hat, hat er keine Erklärung dazu abgegeben, ob Elisabeth tatsächlich erst später umgebracht wurde und wenn ja, wieso. Was ist nun also wirklich vom 4. auf den 5. August 1952 neben der Farm Grand Terre geschehen? Ist die Familie Drummond also tatsächlich einem Auftragsmord zum Opfer gefallen? Oder ist vielleicht jemand aus der Familie Domenici oder sogar mehrere Personen aus der Familie Domenici über sie hergefallen, in der Hoffnung etwas stehen zu können? Und hatten sie dann, nachdem sie erwischt wurden und die Morde ausgeführt hatten, den Diebstahl sein lassen, da sie ansonsten befürchtet hatten, dass das Diebesgut bei ihnen gefunden wird? Vielleicht war die Tat auch gar nicht von den Domenicis geplant, sondern sie waren unterwegs, um gemeinsam zu wildern. Zumindest wurde ja beschrieben, dass Gustav dies mit seinem Neffen öfter gemacht hätte. Vielleicht sind sie, als sie nachts von ihrer Wilderatur zurückkamen, auf die Drummonds aufmerksam geworden und haben spontan beschlossen zu sehen, ob es dort was zu holen gibt und dann ist die ganze Sache eskaliert. Wie seht ihr das? Lasst mir gerne einen Kommentar unten, ich bin sehr gespannt. Falls ihr bis hier zugeschaut habt, wäre es auch super, wenn ihr dem Video noch ein Like da lasst und falls ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Dafür bekommt ihr dann hier auch mindestens zwei Kriminalfälle pro Woche, meistens historische Kriminalfälle. Falls ihr Lust habt, meinen Kanal darüber hinaus zu unterstützen, könnt ihr dies über Patreon oder mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Vielen Dank fürs Schauen. Bis gleich. Bis gleich.